Für zwei Härten, die sich lieben, bleibt die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Wir können uns nur Briefe schreiben, wir können uns leider nicht sehen. Doch zwei Menschen, die sich lieben, werden immer zueinander stehen. Solange wir uns Briefe schreiben, solange kann uns nichts geschehen. Für zwei Härten, die sich lieben, bleibt die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Ein Koffer von dir steht seit Jahren bei mir, von uns beiden ist keine Schuld daran. Bist du auch nicht hier? Ich gehöre zu dir, weil die Liebe niemals enden kann. Wir können uns nur Briefe schreiben, wir können uns leider nicht sehen. Doch zwei Menschen, die sich lieben, werden immer zueinander stehen. So lange wir uns Briefe schreiben, so lange kann uns nichts geschehen. Für zwei Herzen, die sich lieben, bleibt die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Wir können uns nur Briefe schreiben, wir können uns leider nicht sehen. Doch zwei Menschen, die sich lieben, werden immer zueinander stehen. So lange wir uns Briefe schreiben, so lange kann uns nichts geschehen. Für zwei Herzen, die sich lieben, bleibt die Hoffnung auf ein Wiedersehen. SWISS TXT